Wir dürfen noch nicht vergessen, Helmut Salomon ist der Spießer schlechthin. Es gibt eine Szene in dem Film Gundermann. Da spielt Axel Prahl mit, den kennt man aus dem Tatort Münster. Der spielt da einen Stasi-Typen. Es geht um diesen Liedermacher. Und da habe ich mir schon gedacht, das ist das Spießigste überhaupt. Der sitzt nämlich am Kaffeetisch mit Schlips und Kragen. Aber nein, Helmut Salomon geht mit Schlipskragen und Anzug an den Strand. An den Strand, ja. Das ist auch ein Bild, wo du echt so denkst, Jesus fucking Christ, ich hasse Deutschland.